Philipp H. hat wunderbaren Einfluss auf junge Leute hier, zum Beispiel die Gruppe Resolution mit Marco zusammen. Die haben tolle Bildungsveranstaltungen gemacht. Der Puff, der Jugendclub, den er jetzt hier mitinitiiert, also dessen Chartres, finde ich ganz toll, dass er hier diese Jugendangebote schafft, was die Stadt zum Beispiel wichtig und sein Engagement gegen Recht und sein Engagement für Soziales. Das hat mich so begeistert, wo ich sage, das ist mein Ampel, den wirst du jetzt entsprechend fördern und fordern. Also in den vielen Tagen des Wahlkampfs haben wir so viele Bereiche besucht, so viele Betriebsbesichtigungen gemacht. Wir haben eine Ratung gemacht, wenn wir die Kontakte alle aufrechterhalten und das, was sie uns mitgegeben haben, also wirklich in Thüringen fair regieren und auch fair mit den Menschen umgehen, da hat er alle Hände voll zu tun. Und dazu wünsche ich Ihnen einen Glückwunsch. Dankeschön. Wettbewerb gön contour bis bon Vielen Dank.